Ohhhh 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 Das gibt's jetzt nicht Scheiße Bisschen hierbleiben. Konnte man sich nochmal ducken? Cool, ne? Ne. Wann geht noch mal? Weiß es nicht. G, S, U, P. P, jetzt kommen wir alle draus. Ne. Ne. Ne, hä? Nicht. Weiß. Keine Ahnung. Ne. 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 Oh Gott! Weg, 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 weg! Schnell weg! Heile Uim! Oh Gott! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich fülle mal ab. So. Jetzt gehts weit. Du musst hier rauskommen. 5. Juli 1839. Heute bin ich auf der Suche nach Antworten zur Universität gegangen. Ich schaffte es, um Herberts Büro zu schleichen und ein anderes Beispiel wie einige andere wichtige Bücher mitzunehmen. Prof. Taylor von der Fakulte der Historie war sehr hilfreich. Und ich versuchte die Orbs. Der wichtigste Aspekt war die prevalenten Träße, die in unserer Kultur haben. Die Orbs mythischen Orbs haben, in fact, inspiriert die Globus Cruciger, die so viele Royal Regalia hält bis heute. In der Zeit, die Orbs wurden von Priester als Symbol der Sonne und ihre Macht. Als ich nachdenke, habe ich eine störengende Gespräche gehört. Herr William Smith, der Geologer, wurde verletzt vor Nacht. In der Zeit, weniger als eine eine Nacht hat, seit ich gefragt habe, seine Expertise. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich kann nicht helfen, sich zu fühlen, dass ich irgendwie zufrieden. Okay. Warte mal. Den Zünder will ich noch ran. Guck mal, ob ich nicht ran gerade. Wie ich da jetzt einfach gerade gar nicht reinkomme. Was ist denn das? Nee. Ich stag hier fest. Nee, dann lassen wir den jetzt halt liegen. Das ist jetzt egal. Ich will mir jetzt erstmal umschauen hier. Opa. Okay. Okay. Das ist noch eine Notiz. Die 14th July, 1839. Ich habe alle Bücher, die ich finden kann, auf dem Thema. Während ich in legend und herzahein, mein Wissen ist lack für den Insight, ich brauche. Ich habe viele, in Herbert's Address Book geschrieben, und habe Antworten von verschiedenen Importen bekommen. Heute habe ich einen, der sehr viel von den anderen differenziert hat. Von einem Baron in Prussia. Ich habe nichts gesagt, über die Quaint-Storien von Priesten in den Untergrund-Tempels. Ich habe es nicht sogar noch erwähnt. Ich habe einfach geschrieben, Ich weiß, ich kann dich schützen. Ich komme zum Brennenberg-Kastel. Alexander. Was mache ich davon? Ich schütze mich von was? Was ist jemand nach mir? Ich schaue die Brennenberg-Kastel und schaue es in den Prussianen, nahe der Baltic-Sea. Während ich das nicht informatische Buchstaben habe, es macht mich größer Schmerz und Interesse. Als ich schreibe, meine Gedanken sind zu meinen Schmerz, in dem ein Schmerz zu meinen Schmerz ist. Ein Schmerz zu schmerzen. Ein Schmerz zu schmerzen. Ein Schmerz aus dem Schmerz. Die letzten paar Wochen haben sich schmerzt, mit so vielen schmerzlichen Nachts zu schmerzen, schmerzend zu diesen schmerzigen Schmerzen. Tomorrow, ich werde mich besuchen, Dr. Tate, in der Hoffnung, dass er mir mit einem Schmerz mit einem Schmerz zu helfen kann. Okay. Zahnräder? Ich habe nur Stäbe. Wie genau ist denn mein Motor startet? Was ist das denn? Ist das denn hier eine Schaufel oder was? Hm. Oh Gott, das sieht jetzt hier gerade. Es ist schmerz. Es ist schmerz. Es ist schmerz. Es ist schmerz. Es ist aber alles Nischtchen, ne? Nichts entbrennen, was man anzünden könnte. An sich funktioniert die Maschine also. Okay. Ach so. Hier war ein Zahnrad. Hier war ein Zahnrad. Du musst jetzt vorhin gesetzt werden nochmal. Hier, ne? So, passt nicht in dieser Speicher. Ach, warte mal. Sind doch drei Speichen gewesen, oder? Nicht in diese. Hier. Okay. Nur schon mal eins. Hier ist das zweite. So, okay. Die sind ja alle verteilt. So. Okay. So. vielleicht hier. So. noch finden. So. hier haben wir schon mal. Zwei. Zwei. Nicht mehr und nicht weniger. da. Okay. Okay. So. sind wir hier schon dran. hier. So. So. hier. Okay. hier. Die haben wir ja alle gefunden. Ach hier, guck mal. Ups, such mal. Ein ziemlich großer Raum, ne? Okay. Kann man da schon mal bewerkstelligen? Eine Maschine muss noch gearbeitet werden, bis sie... Achso. Muss da wahrscheinlich ein bisschen was Holtiges drin. Mal hier irgendwas zum Anzünden. Das würde ich hier unbefinden. Oh, das kann... Das kann eine Kohle sein, wahrscheinlich, oder? Ja! Ja, siehst du? Das kann man nämlich tragen. Und dann müssten wir... Okay, nur das da reinwerfen. Schmeißen wir am besten gleich alles rein. Oder? Ich sag mal, zwei Stück. Reicht das? Ich mach das Ding mal zu. Oder gucken wir mal. Der bräuchte mehr Kohle. Okay. Okay. Ich brenne das jetzt voller Kohle. Okay. Ich lasse das mal so offen. Kann man nichts weitermachen? Kann ich das jetzt betätigen? Da muss noch weitergearbeitet werden. Die Frage ist aber... Was genau? Okay. Wollen wir das mal herausfinden. Hier alles schon erkundet, hier? Ja. Strom. Ich muss das hier drin. Jupp. Okay. Okay. Strom wir schon mal an. So, jetzt war noch oben wo noch so eine Stange. Oben acht, unten acht. Von hier kamen wir. Genau. So. Ähm. Fünf. Sechs. Acht. Acht. So. Oder... Sonst müssen wir... Ah. Acht. Acht. alter.